Hallo Leute, ich bin die Winx. Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es für euch das vierte Kapitel des Koop-Spiels It Takes Two. Viel Spaß! Ach, Sherlock's. Armer Elefant sagt Jet, ja. Winx versteht sowas. Die hat Spiel Disney geschaut. Ja, wirklich. Dort kam er? Wirklich? Und da liegt da jetzt das Rätsel in Lösung. Braucht er da ernsthaft seinen Finger für, um das zu lesen? Das ist so eine Riesenseite. Dr. Hakin! Hat der Dr. Hakin das gelesen? Ja, wenn der sagt, dass wir noch nicht bereit dafür sind, bestimmt, ne? Ein Guess. Hier, Tyler. Er ist der Aume. Wie auch immer mit der Hüfte wackelt, ne? Er ist der Aume. Ich sag dir, am Ende in den Credits ist das Antonio Banderas oder so. Oh, das würde ich wohl feiern. Oh. Oh. Er ist eh schon. Shit. Aber die erste. Der goldene Hebel, der macht mir Angst. Wir haben noch keine Zeit. Das Thema hatten wir heute im Chat. Was denn? So. Dass man sich Freiraum lassen sollte, sich Zeit nehmen sollte, etc. Aber wofür? In einer Beziehung. Okay. Aber ich bin... Nicht zu viel. Nicht zu viel, ne? Minimal. So ein bisschen Zeit zu zweit ist okay. Aber bitte nicht zu viel. Da ist nur weniger Zeit, um zu spielen. Das geht ja nicht. Uh. Oh, oh. Das ist immer eine gute Achterbahn. Okay. Wo zum Henker sind... Ah, in der Uhr sind wir. Ne. Uhr? Nachspiel. Okay. Ich hab was anderes gehört. Wir achten auf weiße Kapuzen. Oh, shit. Oh. Oh nein. Ich will das. Warten wir erstmal ab. Warten wir erstmal ab. Das ist wahrscheinlich nur so ein lästiger Wecker. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Is that me? It's you and me. That's right. But as you can see, you're on parallel tracks. Not connected to each other. You must follow these tracks. Make them meet again. Remember that. If you succeed, you will be rewarded. Your first piece of paper letter. Good luck. Okay. Where does he go? Bup. Jetzt erstmal aufräumen. Guck mal, es sind sogar so Tauben auf dem Tor da hinten. Oder sind das keine Tauben, oder? Tauben? Diese goldenen, diese strahlenden da hinten. Sind das keine Strahlen? Ist auch egal. So ein Klon teleportieren. Okay. War das nicht gut? Was? Ja. Mach doch mal. 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 Ich kann hier einen Klon. Oh. Ich kann hier einen Klon hinsetzen. So. Da ist mein Klon. Ist das hier wieder zurückbauen? Oh, sie hat mich umgebracht. Ah, du musst das, äh, du musst dann lassen. Du musst da bleiben, meine ich. Wie ich muss da bleiben? Ich kann meinen beiden Klonen, das kann ich glaube ich, Dings machen. Oder? Nee, doch nicht. Schneller. Flitz. Flitz. Ah, sehr gut. Du bist einfach der King der Zeit. Ja. Moment, Moment. Anders, anders, anders. Äh, Moment. Kann ich nie wieder was einfrieren? Aha. Was hat der? Mit dem Klon die Tür erreichen. Kannst du die nicht? Du kannst dich doch zum Klon teleportieren, oder? Dann stell dir doch mal einen direkt vor die Tür. Hast du recht. Hast du recht. Also Rico, meine Vermutung ist ja, dass das der eigentliche Endgegner wird. So, wie mache ich das jetzt? Ja. Nice. Okay. Wo sind wir? Da hinten. Das mit dem Klon, das werde ich nicht so gut hinkriegen. So wie jetzt reicht ja. Ja. Ja, nein. So, wir haben auch einen Double Jump. Wir haben doch einen Double Jump. Da muss ich wieder was machen. Aber was? Oh, wie cool. Okay, das muss ich so lassen. Moment. Ich glaube, du kannst es loslassen. Ich traue mich nicht. Oh, wir haben was kaputt gemacht. Kannst du hier an meiner Wand was machen? An meiner Wand? Nee. Ich glaube, die Laterne oder so ist, nee, ne? Nee. Okay. Aber ich kann an dem Vogel was machen. Einen Vogel? Der, der gerade runtergefallen ist. Ja. Moment. Ich webe ihn mal wieder auf. Ich mach mal wieder eine. Kannst du irgendwas mit dem Vogel machen? Schreck mal die Lage. Wee. Da oben? Nö. Klon zurücklassen. Guck mal, da oben ist irgendwie so ein Schalter. Ja. Links von dir. Warte mal, ich lass noch meinen Klon hier und dann mach du mal nochmal kaputt hier den Laden. Ach, so. Geh mal da drauf. Wie geht das? Geh mal da drauf. Ja, man. Gute Idee. Ah, nee, kann ich nicht. Oh, das war brillant. Autsch. Oh, chill. Geht das? Kannst du jetzt da drauf? Nee. Ja, so. Die will nicht. Die will nicht. Boah, das war so eine tolle Idee. Oh, nein. Oh, nein. Ähm. Was haben wir denn noch? Moment, Moment, Moment. Vielleicht müssen wir... Irgendwie... Irgendwie muss das auch gehen. Mehr vom Vogel fallen. Mach mal nochmal komplett kaputt den Vogel. Lass mal so richtig. Vielleicht so. Sieht aus, das wird das Spiel lenken. Ja, ich muss da... Aber ich muss mein Klon erstmal dahin platzieren. Also nochmal reverse, bitte. Reverse. Ding, 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 ding. Das sieht saukool aus, ne? Oder fliegt der Klon gleich auch mit runter, dann. Mach ich mal mal hoch? Ich kann aber so schön in der Luft schweben. Nicht schlecht. Ja. So, jetzt mach mal hier. Mach mal hier. Mach mal hier. Mach ich mal hier. So, und jetzt sag ich mal den hier. Ja, da ist. Aber dein Instinkt war ja schon der richtige. Du hast so das falsche Organ benutzt. Und zu auch das Erstbeste nehmen, ne? Ja, richtig. So, einfach, wenn es so kompliziert geht. Und dein Schalter. Ich habe es schon ganz gesehen. Ihr macht es wirklich gut, sagt. Minse im Chat. Also da fühlt man sich schon ziemlich toll, oder? Ja. Also jetzt ernsthaft gemeint. Das klang ein bisschen ironisch. Danke, Minse. Ja, genau, Minse. Wir müssen da rüber. Aber wir müssen runter, ne? Ja, genau. Wee. Hast du das? Ah. Ich habe hier noch so ein Häkchen. Ja. Uff. Uff, das war knapp. Warte mal, wo müssen wir gehen? Die wollte auch noch gerade die Eule kommentieren, ne? Wie bist du da rübergekommen? Äh, Moment. Mit dem Häkchen? Ganz kurz. Oh, krass. Miss Teddy sagt auch. Sorry, Teddy. Ich dachte, das wäre noch dein letzter Beitrag. Miss Teddy sagt auch, dass wir echt gut sind. Oh, jetzt geht es hier aber los. So, jetzt geht es aber los hier. Was macht denn die Eule? Was für eine Eule? Ach so. Oh, Junge habe ich geschaut. Ich habe ein bisschen gewartet, aber du kannst ja nicht näher. Aber du hättest nicht zerquetschen können, ne? Weiß nicht. Glaub nicht. So oder so ist es brutal. Hey, John. Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? So, hier ist es auch schön. Hier bleibe ich. Komme ich da rüber? Hm. Okay, Moment. Jetzt chat hat es gejinxt, weiß ich, jetzt kommen wir hier nicht weiter. Das mache ich manchmal mal kaputt. Will auch gucken. Da kann ich nicht. Oh, warte, warte, warte. Oh. Ah, okay. Das ist ein Katapult. Ah, ich sehe. Die Fläche ist ein Katapult. Das musst du da zurück. So, gib ihm. Ich bin bereit. Oh, cool. Also, jetzt musst du quasi wieder reverse, ne? Ich glaube nicht, sagt sie. Was? Ja, geschmeidig, ne? Das war's. Kannst du gar nicht weiter? Kannst du jetzt nicht nach rechts oder links raus? Nee, ich müsste in die obere Etage. Das habe ich, glaube ich, gerade verkackt. Okay. Ah, da verkackt. So, tot. So, nochmal bitte zurück. Hab da gesehen. Das ist nicht meine Schuld, ne? Hat er verkackt. Also, ich schätze mal, je weiter ich hier stehe. Äh, let's fetz. Äh, was ist denn, wenn ich... Moment. Bewegt mal nochmal das, wo ich jetzt gerade drauf stehe. Nee, die, die, den Aufzug hier hinten. Na, komm. Jetzt ein Klon? Ja, absolut. Mega. Nicht, dass der Klon jetzt auch mit dir zusammen hops geht, ne? Ach so, doch. Wahrscheinlich. Ja, wie soll ich denn dann zurück? Das ist doch mal super schwer. Ah, nee. Ich muss ja nur... Nee, nee. Mach doch mal bitte. Ich muss ja hierbleiben. Ich muss ja nichts anderes machen. Hm. Du musst nur noch einmal und dann... Ja, Moment, Moment. Moment. Okay. So, jetzt wieder... Jetzt rückgängig machen. Und jetzt wieder... Und dann wieder hoch. Oh, wie cool. Schön. Und ich bleib jetzt hier stehen. Ich bin fertig. So. Meine... Meine Aufgabe ist getan. Ich hab gehört, du sollst... Du sollst unter diesen Zylinder, der da runter crasht, die ganze Zeit. Da drunter? Hm. Oh. Hat sich geöffnet. Gibt es bei dem Spiel Schwierigkeitsgrade? Weißt du das, äh... Wings? Ich glaube nicht. Ich muss wieder zu mir. Hier ist was. Gib ihm, gib ihm. Ja, sicher. Oh, oh, oh. Chat ist cool drauf, Alter. Chat ist cool drauf. Wir stellen uns anscheinend nicht gut an. Ja, wir müssen... Wir müssen noch besser sein. Machen wir jetzt einen Speedrun da raus. Hier, guck. Wir müssen die allerbesten sein. Jetzt hab ich mich erschrocken. Oh, jetzt hast du es getriggert. Jetzt... Was ist das hier? Das hier ist eindeutig... Keine Ahnung. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Ah, hier sind... Ja, hier sind die Doves. Die meine ich doch. Die Turtle Doves. Also das heißt Turtle Tauben auf Englisch. Turtle Doves. Die Schildkrötentauben. Genau. Du musst einen Klon machen. Ja, ich muss einen Klon machen, richtig. Warum bin ich mit meinem Klon nicht so gut vertraut, irgendwie? Nice. Look at this one in the center. Cody. Cody. Ah, Moment. Ich seh schon. Und gib ihm. Piu. Eini. Punktlandung. 10 von 10. Einen sowas gefällt mir mal richtig gut mit irgendwas abschießen, ne? Ja. Ja, hab ich richtig viel Spaß dran. Oh, übrigens, wir haben feine Clips, die wir uns nach dem Stream geben können. Gibt's da echt keine Schwierigkeitsgerade? Also ich weiß es nicht. Ich behaupte nein. Zumindest könnten wir nichts... Würde mich auch wundern. Wir konnten nichts auswählen, als wir das Spiel angefangen haben. Vor allem, wie soll das aussehen? So ein Hard Mode. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich so kürzere Reaktionszeiten oder so, ne? Bei gewissen Dingen. Aber man braucht bei gar nichts irgendwelche Reaktionszeiten gerade. Vielleicht ist das dann das Ding. Das macht diejenige, die die Zeit kontrollieren kann, weißt du? Ja, aber das kann ich ja richtig gemütlich machen. Reaktion. Bin ich ein Lehmknuppen mit einer Holznase? Ich hab das ehrlich gesagt auch noch nicht entziffern können. Ich glaub, du hast auch Holzaugenbrauen. Oder dunkel eingefärbtes Lehm. Mit besonders viel Dreck drin. Mit besonders holzaussehend. Können wir unsere Gehetherapie jetzt mal ernst nehmen, bitte? Wir sind immer noch auf parallelen Schienen. Das ist nicht Ziel der Sache. Wir machen was falsch. Oje, du parallel. Plöp. Das ist was. Ring the bell. Ah, Moment, okay. Ich seh's schon. Ich seh's schon. Uno, momento. Mhm, mhm, mhm. Nee, andersrum. Hier sterbe ich eventuell. Platt. Ich trau dir nicht. Also jetzt. Yay. Oh, you gotta keep following those dolls. Let's follow those dolls. Follow. Follow. Guck mal, ich bin auf der falschen Spur. Übrigens, ist das nicht ironisch, dass wir jetzt Follower sind? Oh, the house is on fire. What a fire? Ah, it's on fire. Am Feuer? Wo ist denn das Feuer? Da oben. Das ist aus Pappe, aber mach dir keinen Kopf. Was ist das Feuer? Guck mal, da regnet es. Das ist wahrscheinlich auch nur Pappen, Pappen, Regen oder so. Ja, man kann sie doch irgendwie, kannst du das schieben? Nee, das ist ja eine City hier regelrecht. Aber du hast recht, wir müssen das Feuer löschen wahrscheinlich, ne? Aber ich muss bestimmt irgendwie das schieben können. Nö, nö. Kommst du da nicht dran? Ich glaube, du lügst. Ist mir so schön, ich will alles sehen. Doch, ich glaube, ich komme da dran. Nö. Ich bin weg. Bling, bling. Ich weiß, wie es geht, aber ich sag's dir nicht. Guck mir die City an. So ein Moment. Du bist jetzt aber weit weg, ne? Ja, ich gucke mir hier eine Frau an, die zu diesem Wasser schöpft. Ja, was solltest du noch haben? Ich hab mir jetzt angefangen, mir andere Frauen anzugucken. Wow. Jetzt geht's aber los hier. Ehe-Therapie. Wahnsinn, Katapult. Piu. Hast du denn hier Regentropfen gesehen? Was sag ich dir nicht? Besser mal aufmerksam. Ah, hier. Hätte ich zum Beispiel mit mir zusammengespielt. Selbst ist die Frau, ja? Selbst ist die Frau. So. Dann nur mal die Regentropfen da raus. Ja, warte. Nice. Oben auch? Oben auch. Oben auch. Yay. Wow. Success once again. Geld, wir besorgen. Money and work, people. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Äh. Jetzt haben wir hier. Aber hier sind so viele Schalter, ne? Ich hab das Gefühl, wir verpassen jede Menge. Bestimmt mehr Mini-Spiele. Irgendwo. Ja, da fährt die Trommelkülle. Irgendwo sind die Mini-Spiele versteckt. Ach so, das sind nur so Katapulte. Und du kannst irgendwo hin damit. Wuii. Oh. Okay, hier ist jetzt wieder Pause. Aber warte, wo fährt das denn hin? In die Wand? Okay, wir können die Brücke senken. Obwohl, ich krieg das auch alleine hin. Krieg das auch alleine hin. Sind ihr sicher? Ich glaub schon. Ich glaube nicht. Ich will mich gar nicht so weiter aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, wenn du das alleine machst. Ich glaube, du musst dann die Brücke, die Zeit anhalten. Hm. Ja. Ich muss da drauf. Oh, Moment. Ja, bitte. Ich hatte kurz Panik. Ich stehe da gut. So, gib ihm. Ich komme nicht nah genug an den Schalter ran. Ich glaube, ich muss noch mal hier auf die Schiffchen. Ah, jetzt. So, okay. Bin ready. Bin schon bereit. Bin ready. Ding, ding. Nice. Die fahren weiter. Yay. Aber ist immer noch parallel, ne? Ja. Immer noch nicht ordentlich hier. Oh, guck mal, ein Bauer. Ein Holzfäller. Die zwei Piggis hinten drin. Wie süß. Da kommt wieder der Landwirt in mir hoch. Ja, die coole Metzgerei. Umfallende Tannenbäume. Ey, bitte, das musst du dir anschauen. Zieh dir die Katze hier rein mit dem Fisch auf den Bauch. Ist das eine Katze? Ja. Das ist Grafield. Oh, jo. Und sie ist richtig schön fett. Ja. Und hier sind so Glöckchen die ganze Zeit. Ich bin ins Wasser gefallen. Ich weiß aber nicht, was die Glöckchen für einen Sinn haben. Das ist schon die zweite hier. Oh, ich stehe hier gerade auf irgendeiner Brücke. Komm mal her. Guck mal, hier haben wir auf das Boot. So, jetzt geht's los hier. Vorwärts, rückwärts. In welche Richtung fahren wir denn? Komm aus. Ein Tretboot. Boah, wie lange war ich schon nicht mehr Tretboot fahren? Ich bin bei sowas dann noch meistens die Einzige, die arbeitet. Beim Tretboot fahren? Ich habe das, glaube ich, noch nie mit jemandem zusammen gemacht. Nur alleine? Nee. Ja, immer im Tretboot. Immer im Kreis. Was ist das hier? Kann man hier aussteigen? Gibt's hier was zu sehen? Hier ist was. Nein, wie cool. Sorry, musst du kurz Chat vorlesen. Ja, lese mal Chat vor. In der Zeit war mir die Pläne. Nein. Das sind meine Rubies. Ich sing doch immer das Lied. Das Lied. Rubi, 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 Rubi. Achso. Sag mir bitte, du kennst das nicht. Doch, doch. Ich habe nur nicht direkt geschaltet. Das ist mit dem Mann hier. Gar nichts. Ach, der Name. Mal den Frieden. Ne, mal im Ernst. Ist das hier einfach nur so ein Bluthessen? Ja, ich glaube, das war Bonus, weil ich habe hier bei Origin irgendwie so eine Errungenschaft freigeschaltet. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt noch irgendetwas hier gibt. Aber ich meine, die Rubies an sich, die kann man... War ein Fun. Aber lass mal, lass mal wenigstens alle Rubies hier cuschen. You know? You know what I'm saying? Ja. Ja, ja, ja. Der eine da. Was war's? Jetzt haben wir alle. Ja, nice, ne? Haben wir Rubies gesammelt. Check. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben alles eingesammelt. Was hat das gebracht? Ja, das erinnert stark an Zelda, ja. Absolut. So bin ich wieder drin. Da hatten wir ein bisschen Mario, ein bisschen Zelda. Dürfen die das? Darf man das? Wer sagt das nochmal immer? Darf man das? Irgend so ein Comedian sagt das immer. Hä? Ist auch egal. Die sind eh nicht witzig. Guck mal bitte, wie gechillt du da sitzt. Hm. Von wegen, du machst immer Tretboot Action. Der macht gar nichts. Eine, die bei mir aus dem Chat sagt, Kristall sagt das. Ah, Kristall. Ja, so ein Dickerchen. Mhm. Muss ja sagen. Ey, ich kann gar nicht treten. Na weit. Ach, so läuft das. Ypsilon. Der lehnt sich tatsächlich jetzt einfach zurück und macht nichts mehr. Wow. Ich meine, das ist irgendwie auch gleichberechtig. Controller leuchtet aber. Nee. Gar nichts drücken. Du machst das schon. Ich meine, die Tatsache, dass er sich wirklich zurücklehnt, sagt wahrscheinlich, dass du nichts machen kannst, ne? I guess. Aber du willst ja, wenn ich jetzt aufhöre, lehnt die sich dann auch zurück? Nee. Die ganz fleißige. Ganz fleißige. Kristall, richtig. Guckt ihr, also, guckst du dir denn sowas an? Nee, absolut nicht. So wie Stand-up-Comedy? Absolut nicht. Also, keine deutsche. Amerikanische ja, sehr gerne. Wo sind wir? In welche Richtung müssen wir denn da? Bei mir hat so Stand-up-Comedy damals so mit Michael Mittermeier aufgehört. Seitdem nicht mehr. Den fand ich eine Zeit lang witzig, aber dann nicht mehr. Let's open it. So, die Uhrzeit ist wahrscheinlich die da oben, ne? Ding, ding, ding. Boah, das haben wir aber schnell geschafft. Warte mal, 4 Uhr 10? War das nicht euer Resident Evil so, Leute? Ist das eine Reference? Das ist alles hier irgendwo eine Reference. Nokama hatte schon eine Terminator-Reference gefunden. Wir hatten Mario, wir hatten Zelda. Terminator? Wie hat er das denn hier gekriegt? Moment, ich muss mal hochstehen. Scrollen. Lord! Lord! Der Lord Karma, der... Terminator? Ich glaube, das war bei der Puppe, die wir abgefackelt haben. Irgendwas war da an der Stelle. Schrieb Lord Karma Terminator-Anspielung. Aha. Mit der Walze. Hm. Hm. Wüsste jetzt gar nicht, welche. Also, welche Anspielung. Ich weiß auch nicht. Aber hier wird es jetzt dann auch schon so ein bisschen gruseliger jetzt, ne? Jo, Wings, im Chat schreibt gerade Mr. Pete oder die aktuelle Uhrzeit. Und das trifft. Nein! Was soll ich erzählen? Schein Mann ist braun gerade. Holy shit! Kann ja kein Zufall sein, oder? Naja. Naja, doch. Mario Bart ist wahrscheinlich der unnichtigste Komendien. Ja. Uhrzeit ablesen lassen aus der Systemzeit ist ja auch nicht so schwierig, ne? Nee? Nein. Weiß es nicht. Ich bin... I don't know. Und mit Internetverbindung, die wir hier haben müssen, erst recht nicht. Oh, jetzt... Jetzt mach doch nicht die ganze Magie kaputt. Entschuldige. Entschuldige. Das... Das... Das Spiel hat magically gewusst, wie... Wie spät es gerade bei uns ist. Ja. Aber was ist, wenn man in zwei verschiedenen Zeitzonen spielt? Oh, nice. Und dann... Was machst du denn dann? Wahrscheinlich die vom Host. Ja, wollte ich gerade sagen. Billy Connolly ist der beste politische Komendien. Oh, den kenn ich gar nicht. Aber dann geb ich dem mal vielleicht eine Chance, weil ich kann mit Stand-Up-Kommendien nichts anfangen. Ich sag ja immer wieder, das wird unser Endgegner. Der Hakim. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hab Angst vor ihm. Was ist denn so der natürliche Feind des Buches? Außer jetzt ich selber. Feuer! Oh ja, Feuer. Oh, was ist das? Sind das Tauben? Die sind... Ich glaube, das sind Falken. Ich glaube, das sind Sehhabichte. Ich denke da ein bisschen einfacher. Taube reicht. Fliegen! Fliegen! Oh nice! Fliegen! Oh nice! Wee! Boah! Aufwärtsfliegen, abwärtsfliegen. Flitzen. Können sogar mit den Vögeln flitzen. Links, rechts. Sehr verrückt. Ich bin links. Ich flieg nicht nach links. Da ist Flitzen. Ich hab ein bisschen Probleme mit der Steuerung. Aber ich seh' gerade, wir müssen parallel was machen. Ja, Moment. Am selben Ort meine ich. Am selben Ort. Vögelchen. Also für deinen Namen machst du, stellst du dich aber nicht so gut an. Bin ich so der gute Vogel. Okay. Wollen wir noch mal absteigen? Mhm. Auf B. So, da ist kein B. B? Was wäre das bei mir? E? F? Q? Natürlich. Oh. Wo gehen wir hin? Ist ein älterer. Mach keine Shows mehr, weil er in Parkinson erkrankt ist. Oh. 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 Etwas älter. Was haben wir da? Ein Pfeil. Das bin... Ist das grün? Bin das ich? Believe. Okay. Schade. Ja, also... Aber jetzt... Ah, jetzt ist es auf rot. Ja. Aber... Das materialisiert sich dennoch nicht. Nochmal versuchen. Ne. Oder vielleicht ist das dann nur zu der Zeit Gefahr. Ja, aber dann hast du zwei, die offen sind. Ne, das hat aber gerade bei dir dennoch nicht funktioniert. Schade. Vielleicht muss man erstmal noch das andere machen. Achso, ne. Wir kommen hier nicht hoch. Believe. Believe. Vielleicht müssen wir zusammenspringen. Oh, das kann gut sein. Ne, jetzt müssen wir warten. Wir müssen auf 24 Stunden warten. Oh, der war da so langsam bei dem roten. Ja. Und gib ihm. Oh. Come on. Aber zusammen... Wir landen ja nicht wirklich zusammen. Egal. Darum geht es nicht. Aber ich hatte auch einfach noch so einen... so einen kleinen Zeitpuffer, als ich das gemacht habe. Aha, genau. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Mach mal den. Oh. Mach mal den. Jetzt nutzt mich bitte nicht, ja. Willst du da irgendwas machen mit deinem Klon? Ja, ich kann das... Ich kann aus Kreis Vier-Eck Dreieck machen. Bringt das was? Ja, wir haben hier einen Dreieck. Zwei Dreiecke. Wir brauchen blau, Dreieck rot. Moment, Moment. Dann machen wir das so. Jetzt haben wir blau... Ja, 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 ja. Ja, der Rest bist du. Er muss wieder zurück, ne? Oder nicht? Ich denke da alleine drüber. Ja, du drückst auf den Schalter, irgendwas passiert wahrscheinlich. Du musst... Du musst alleine rüber, weil ich muss die letzte... Das letzte... Das vierte Ding muss ich ja umswitchen, ne? Blau, ne? Ja. Ja, komm, 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 ja. Sehr nice, sehr nice. Ja, schon ein bisschen Angst. Easy peasy. Ja, fantastisch. Mach die Uhr. Tick-Tack. Achso, du musst sagen, was du... Welche Farbe du haben willst. Achso, cool, ja. Moment. Ich lande mal erstmal hier. Oh, Gefahr, ey. Ja, blau ist gut. Blau ist gut. Oh Gott. Oh, stimmt. Ich muss ja springen, ne? Sorry. Blau ist er drauf, mhm, mhm. Und go. Okay, kannst du bleiben. Und go. Nice, nice. Oh, hä? Du warst doch auf Grün. Ich war ein bisschen durcheinander. Oh no! Okay. Und go. Geh einfach weiter. Nice, nice, nice. War ein bisschen verwirrt. Das ist schon ein ganz, ganz großes Kino hier. Dass wir so gut sind. Das ist das Spiel an sich auch. Das Spiel an sich auch. Das ist echt crazy. Oh no, bitte keine Insekten, oder was das sind. Bitte nicht schon wieder, ey. Das sind aber, glaube ich, gar keine Insekten, ne? Hat er was von so einer Drohne, oder so? Gefahr! Da sind unsere Birdies am Start. Die gefallen mir nicht. Was ist das? Oh. Die Kugel. Das ist der Hedron Collider. Ähm, Vogel? Oh, nein. Gib ihm. Wiii. Was machen wir denn mit? Oh mein Gott, das ist sehr schnell. Okay, hier in dem, in dem, in, äh, zu dem Tor. Müssen wir wahrscheinlich, ne? Mhm. I guess. Oh, da war zu schnell. Okay. Das war ein Crash Lessing. Also nicht zu viel Speed, sagst du, ja? Ja. Ganz behutsam. Das kann ich. Das sind sehr edeltiere. Das ist so Tauben. Also für mich haben die eher was von so, kennst du so diese Scheichs, die ihre Falken haben und so. Oh yes. Damit dann irgendwie auf Jagd gehen, ja so. Bin mal, als ich mal geflogen bin, hatte einer seinen Falken dabei. Nee. Oh. Im Flugzeug? Im Flugzeug. Wie so crazy ist das denn? Boah, was bin ich für ein Angsthase? So, Sonne, Mond, Schäferhund, Katze, Biene. Pass mal, Moment. Müssten wir uns wahrscheinlich umschauen, ne? Oder? Einfach draufkloppen. Hund. Katze. Katze gewinnt. Nicht. Wir wollen zurück zur Sonne. Also drücken wir auf die Sonne. Hat nicht funktioniert. Sonne und Mond. Sonne und Mond vielleicht? Das war nicht ganz simultan, ne? 3, 2, 1, go. Nee. Aber hier ist er auch Gegenteil, ne? 3, 2, 1, go. Aber ich glaube, das hätte schon getriggert. Ja. Ja, dann lass einfach mal weitergehen. Das Rätsel brauchen wir nicht. Aber hier ist irgendwas für mich. Hier ist irgendwas. Für mich. Irgendwas ist hier. Yay. Ich muss wahrscheinlich schauen. Ja. Mega-creepy. Ich stehe da gut. Kommt der jetzt wieder runter? Äh. Ich... Also ich habe ja das Gefühl, dass ich irgendwie irgendwas... Sag mal, kann ich das jetzt wieder... Ja, machen wir nochmal so, damit die... Das bewegt sich aber nicht. Ach so. Äh. Kann ich das irgendwie mit Klon machen? Ja, ne? Ja, stell den Klon doch direkt dahin. Genau. Ja, ja, genau. Ich komme mit diesem Klon nicht klar, ne? Ja, das ist schon zu kompliziert. Aber ist das relativ simpel, eigentlich. So, und jetzt? Ja, guck mal, easy. So, wir haben... Ach, guck mal, du siehst jetzt gar nicht... Ne, doch, klar, siehst du, was ich sehe. Ähm. Ja. Ein Uhr, zwei Uhr, vier Uhr. Ja. Ja, genau, genau, genau. Mhm. Aber was bringt uns das? Die Biene ist auf ein Uhr. Aha. Was auch immer das bedeutet. Jetzt mal, ich... Hier geht's ja rechts auch noch weiter. Vielleicht sind hier irgendwelche Uhren. Ach so, ne, das war... Da ging's gar nicht weiter. Von da kommen wir. Äh, so, Moment, Moment. Ich schau nochmal überall hin. Was bringt uns das jetzt? Ein Uhr, zwei Uhr, vier Uhr, sieben Uhr, fünf Uhr, ne? Aber da ist jetzt auch jedes Zeichen drauf, ne? Äh, das sind sechs... Du hast sechs, ne? Ja. Vielleicht muss man die... Die sind unsortiert. Glaube ich. Immer zum... Zum Ersten. Ein Uhr war das Erste. Genau, ein Uhr war das... Vielleicht muss man das zuerst drücken. Dann muss man den Vogel drücken. Dann suchen wir, ob es eine Drei gibt. Ja, du hast recht. Du hast recht. Ne, eine Drei wahrscheinlich nicht, aber dann die Vier, ne? Mit der Katze. Mhm. Kann man ja mal... Kann man ja mal versuchen. Kann man ja versuchen, ja. Binchen! Ich bin nicht bei dir. Ja. Leuchtet hier. Aha. Bückelchen. Jetzt... Machen wir den. Ja, okay. Jetzt Katze. Ja. Okay, okay. Jetzt Schäferhund. 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 Ne, Moment. Nicht Schäferhund. Mond. Sorry. Mond, Mond. Sorry. Mond, Schäferhund. Und Sonne. Äh, Hund. 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 Hundi. Hund. Und Sonne. Oh. Nice. Easy. Easy. Easy peasy. Achso. Du musst dann irgendwo hin. Oh. Oh. Fancy seeing you again. Well. I thought... Hello, hello. Oh, hi. Kommt die Sonne raus. Wie ist das Wetter bei dir eigentlich? Lass mich mal kurz raus gucken. Bewölkt. Also es hat den ganzen Tag geregnet, aber jetzt ist nur noch bewölkt. Jet ist ja all over the place, ne, was Wetter angeht. Bei mir? Tatsächlich, äh, kommen fast alle aus der gleichen Ecke ungefähr. Ah. Fast. Nicht alle, aber schon einfach. So, warum ist da so eine rote Lebensanzeige? Das gefällt mir nicht. Wo sie auch? Auf beiden Seiten sogar. Da war ja irgendwas mit den Minern, ne? Krieg du mal da hin? Dann können wir hier irgendwas machen. Achso, Moment mal, Moment mal. Ich höre was. Oh, die, diese Insektenteile. Die kannst du wie Bomben abwerfen. Nice. Wie, die kann ich wie Bomben abwerfen? So, die kannst du dir grabben. Die sind überall markiert. Ach, da. Ähm, L ist zielen und... Ah, okay, okay. Ja. Der wirft sehr routiniert. Für so ein Dubai Falken. Und Piuuuu. Ja. Wie schön, Feuerwerk. Feuerwerk. Ich finde Feuerwerke voll gruselig. Okay. Stürmisch und zwischendurch Regen. Hm, unangenehm, ne? Wir sind immer noch, wir sind ganz, ganz eng beieinander. Ganz nah dran. Jetzt gehen wir wieder voll auseinander gleich, sobald wir da hochkommen. Unglaublich. Unglaublich. So, die Frage ist, jetzt sollen wir noch mit den Birdies was machen? Oh. Irgendwas schreit hier. Mein Birdie war zu schnell. Hörst du das? Hm. Oh, da sind das unsere Flügelchen. Achso, das kann natürlich auch sein. Das ist die komische Größe. Ah ja, ich kann hier die Zeit zurückdrehen. Hm. So. Ah, cool. Kommen sie dann durch. Sehr gut. Sehr gut. So, meine fixiert sich. Ah, da sind zwei Tore aufgegangen. Schau mal links und rechts. Hm. Let's go. Yes, yes. Hä? Oh no. Ah, wir machen da gerade, wir machen da gerade was. Ah, wir drehen Dinge. Ja. Ja, ja, ja. Wir drehen Dinge, ja. Und ich denke mir so, warum geht das nicht schneller? Warum machen die jetzt so eine Pause beim Springen? Aber ich warte jetzt auch tatsächlich schon so ein bisschen aufsummern, ne? Langsam darf das Wetter besser werden. Ich möchte meine Pokémon-Kleidchen tragen. Oh no. Oh no. There's nowhere to run! Star Wars! Ja. Tu was! Ah, vielleicht wenn das nahe genug dran ist, einfach hier den Ding machen. Aber der macht das nicht. Der macht das nicht. Ne, tatsächlich. Nooo. We're gonna die. Oh. Ne, das war gewollt. Ne, ich glaube das war nur... Ja. Ach Mist, ich dachte jetzt kommt hier so eine richtige Katzen und meine Ruhe umgucken. Meine oben könnte man raus, ne? Ja. Aber gut, da kommen wir her. Was können wir denn? Ach so, ich kann auch einen Klon... Oh, ich, ich, ich muss machen, ich muss machen. Ich muss meinen Klon so weit wie möglich platzieren und dann, weißt du, hinter die Wand. Kannst du uns retten? Ja. Ah. Ah. Du hast fast gedacht, wir würden es nicht machen. Fast. Ich dachte, wir wären hier. Und wir haben das gemacht. Kannst du das machen? Was ist das denn hier? Sind das kleine Mäuse? Oh, das sind so kleine mechanische Mäuse. Wie süß. Warum mechanische? Ich weiß es nicht. Echte, echte waren schon zu ausgereizt. Die Frau hat halt die Eier in der Hose hier. Heißt das so, chat ich. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber ich bin, ich bin schon eher so ein Loser, ne? Du bist schon eher so der, ja. Leider, leider. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich bin im Reinen mit mir. Genau. Achso. Oh. Oh, wir können nichts machen. Weder springen, nichts. So gut. Und können wir auch nicht verlieren. Seitdem gleich kommt ein Gegner und bummst du uns weg. Boah, ist das nice. Das sieht schon echt schön aus. Das sieht schon echt schön aus. Mit dem Gongen so? Richtig episch. Hm. Oh nein, es ist vorbei. Weiter gehts. 3D wieder, yay. Drehen. Irgendwas hat vibriert. Wie schön. Es fehlt eigentlich noch. Vibrierende Maus und Tastaturen. Wie unangenehm. Ich stelle das bei Controllern schon immer. Der Dude sieht aus wie Heimdall, oder? Kennst du Heimdall? Ja, den kenne ich. Heftig. Der sieht echt genauso aus. Der ist auch noch ein Gatekeeper. Ja. Passt sogar. Keyholes. Seems like we're gonna need some keys. Wo sieht sie die Keyholes? Also ich seh keins. Hier ist ein Keyhole. Wo? Wo? Ist das hier nicht ein Keyhole? Also, nicht für den Key? Ja, aber diese Aufzieh-Keys. Mensch. Ah, die. Die Aufzieh-Keys. Die Aufzieh-Keys. Was sonst? Warte mal da. Ich kann da nichts benutzen gerade. Hier gibt's ganz viele Dinge zum wiederherstellen. Oh ja, das ist gut hier. Hier komm ich hoch. Moment. Ich halte. Ich halte. So, was ist das hier? Das ist gar nix. Kannst du hiermit irgendwas machen? Ja. Oh, Magneto. Oh, shit. Okay, erst klar. Du müsstest noch mal. Guter Versuch. Du müsstest noch mal. I'm sorry. Wo bist du denn? Ach so, da unten. So. Wo? Im Punk. Ja, ist so. Nicht Time-Punk. Wie ist das Wort nochmal? Das ist echt Time-Punk. Time-Punk. Kann man auch machen. Aber was wäre denn jetzt? Moment mal. So, mal angenommen. Ich springe da drauf, ne? Ja, und dann musst du auch das nächste springen. Ach so. So. Dass ich gleich da erscheinen lasse. Ich hab grad nur nicht auf die Zeit geachtet. Spring mal. Ähm. Ja, soll ich? Oh. Oh. Okay. Geht doch. Hey. So, und dann ist hier dieses hier. Das ist wahrscheinlich wieder ein Katapult. Ja, alles klar. Ja. Das ist mal Pew. Kapow. Pew, pew, pew. Kann ich noch irgendwas machen? Ah, da ist dein Aufzieh-Key. Mein Aufzieh-Key. Aufzieh-Key. Aufzieh-Key-Taz-Key. Oh no. Ah, ich hab ne Idee. Klon da rein? Äh, Moment. Yep. Bist du jetzt da drin? Yo. Ich bin jetzt da drin. Das ist cool, ne? Schöne Mechanik. Jetzt bist du da drin. Ja. Cool. Kannst du mir irgendwie hochhelfen oder so? So, müssen wir nochmal machen einfach, ja. Richtig. Äh, ne. Na egal. Hat geklappt. Hat geklappt. Einfach draußen. Ist egal. Guck mal wie cool sie, wenn die, äh... Du foklst. Wie Tinkerbell. Das ist auch schon mal mein Traum. Ne, wenn ich... Wenn ich flitze, ne? Wenn ich flitze, ne? Guck mal wie cool die Animation mit dem Aufzieh-Key ist. Oh. Sie dreht den einmal so und dann fängt die den wieder. Voll cool. Perfekte Kellnerin, die Frau. Der Aufzieh-Key. Nr. 1. Tzatziki. Tzatziki. Let's go. Tzatziki. 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 Ich bräuchte deine Hilfe. Ach so, sollen wir, du meinst? Okay, alles klar. Ach so, ja, wir können... Erstmal, nee, du hast recht. Los, absolut recht. Oh, cool. Spiralen-Grind. Ich bin noch nicht so weit. Oh, ja. Ein bisschen hinterher. Ich bin langsam. Ich bin gestorben. Was passiert? Ich weiß es nicht. Irgendwo runtergefallen. Irgendwie kommt mir das zu einfach vor. Da wurden wir schon beide ungeduldigt. Hat es nicht mehr gereicht. Moment mal. Ah, nee, du kannst das machen, sehe ich gerade. Ach, da. Was haben wir denn da? Oh, cool. Was machst du denn damit? Ah, hier ist so eine Plattform, oder? Mhm. Wie schnell können wir dich jetzt da rüberschießen? Der Weihnachtsmann folgt mir. Danke für den Follow. Ist ein Mod hier. Ich brauche Hilfe. Ich gerade schon so... Ach, du darfst du spielen? Wo siehst du denn den Weihnachtsmacken? Mach dir mal einen Kronen. Ja, genau, genau, genau. Oh, cool. War richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Der Weihnachtsmann braucht Hilfe. So, ich glaube, das kriege ich auch so hin, oder? Moment. Ich bin ganz schön. Nein. Hier hoch. Ja. 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 das ist natürlich cool ja ja also müsste noch mal zurück ich muss einfach weiter ja ich hätte dich auch geschoben kann ich jetzt noch irgendwas machen ja aber wofür ist das jetzt gut ich bin in einem hamsterrad gefangen ach so ich kann dann moment moment mal ich muss ja dahin war mal noch mal so ja genau weiter 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 ja ich muss irgendwo mein klo hin platzieren dass das am meisten sinn macht aber das ist ja immer dieselbe dinge springen einfach das ist so weit das ist so weit folge dem mal einfach ich schiebt es gerade nämlich raus nehmen zurück ja 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 und auf der höhe bleiben was so passiert da gar nicht ja du musst es einfach drehen und ich musste verstehen bleiben okay jetzt kann ich ja alles loslassen nice wieder was geschafft okay cool cool top jetzt haben die spiral ohne was macht er okay dann jetzt rein mit den keys ist wahrscheinlich müssen wir die meinten simultan oder eine geht gar nicht vielleicht reicht das und nochmal der gute heim dal das ist schon cool und jetzt können wir uns teleporten wie ach so teleporten jetzt weiß ich jetzt was du meinst ich hab kurz nicht gecheckt was du meinst ja der muss jetzt nur noch den key da reinschieben ne haben wir irgendeine challenge verpasst da gibt es keine weiteren keys mehr ne hier geht die treppe runter ne das war's komm hier her höh können wir den schlüssel weiter drehen ne ouch das klingt nicht gut doch hier hier sind wir noch nicht fertig oh ja nee wir mussten links rechts und dann nochmal links ach so das eine hat den schlüssel gedreht das andere den heim dal selbst ja ja danke rico in letzter sekunde hatten wir es noch ne ja ist wohl guter instinkt ooo willkommen wieder in der wall street juhu ein kampf oh 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 wo ist dr hakim hier ist irgendwas ich kann hier irgendwas tun nicht wenn ich drauf stehe was macht das dann wohl ich muss der bunte da drauf zu denen hier drauf locken ja bestimmt ich muss das anders machen moment ich muss erst ich muss erst mein kronen woanders jetzt hat er mich umgebracht jetzt noch mal hin dass mich in ruhe gerade erst gespawnt schweinerei nennen 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 so nicht dax ist wieder bullig sicht also noch mal ich muss hier meinen kronen machen was das hat gebracht ja doch das ist jetzt durch ich weiß nicht ich glaube schon ja ich glaube schon wir machen nochmal selber nochmal ich bleibe hier stehen solange er mich nicht fokuss alles gut alles gut nochmal pass auf meee nice nächste phase nächste phase ich guck auf deine bildschirmseite aber was ach hier nochmal ja tatsächlich steht aber ich habe mein ich habe mein ding verpasst nein nein auf nein abbrechen ganz fiese nummer hier ausweichen ja jetzt nicht nee lass mich in ruhe ich habe dir gar nichts getan dann fiesling hallo ständig halbe sekunde auf der plattform aber du musst darauf achten dass da nicht die steine auf dich drauf fallen ich bin mein ding mein jetzt mach stier ok oh jetzt steht der ach so ok ich dachte das wäre jetzt ok 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 ah nice ok moment ich muss mich wieder einmal ankommen jetzt gibt's dir eben den rest hier Hauptsache nicht dir ne aber du dann auch ne wir müssen noch beide ach so ich dachte du musst das aktiv runtersetzen ja hätte ich auch gedacht aber aber so viel skill erfordert das jetzt nicht hier ist was oh war ein schweres oh ich bin beeindruckt ja aber wir sollten weiter gehen da ist was oh wie cool das ist aber hübsch sind das blümchen sind aus wie so kleeblätter aber so übertrieben glückliche glücksbringende so für das für die extra portion glück ne ja absolut ok ich glaube da hätte ich nicht stehen sollen aber der hat das irgendwie akzeptiert so du wieder mit deinen uhrzeiten hat mich die uhr gebracht oh ich glaube das war das war nicht richtig von mir oh hä ui aber wieso lauf wieso kannst du denn da laufen weil das glas ist achso optische täuschung was muss man denn hier tun einfach geradeaus ich will ein nummer eins badge ich will ein nummer eins badge oh da ist irgendwas was ist denn das für ein komisches hindernis hier weil so ein richtiges hindernis ist es ja auch nicht ja hier kann ich jetzt nochmal was hin und her schieben aber wofür ist das gut vielleicht damit du an der wand hoch springen kannst ich muss wahrscheinlich so ich hätte gedacht ich muss da rein ne ich hätte jetzt gedacht ich muss das so hin und her schieben dass du springen kannst dass du so band sprünge machen kannst ja das sieht irgendwie ein bisschen buggy aus und es geht auch nicht höher ne du musst das in dem moment machen wo so doch das ging das ging eigentlich höher geht schon nice ob das spiel das wollte weiß ich nicht doch bestimmt weil dafür sah es wirklich buggy aus also das war nicht geschmeidig aus bin ich bei dir hier werde ich was untergefallen jetzt so ok was zum teufel ist das keine ahnung ich glaube du bringst mich um du bringst mich um ok passt ja noch nicht ganz ich komme ich kann das ding jetzt wieder zurück drehen aus dem weg ja cool das war schön das war schön das war ich schön ne jetzt mal musst du selber weitermachen achso ich dachte du kommst mit ja wenn ich von der fläche runter gehe ist vorbei unsere püppchen machen hier auch grad weiter kannst du äh kannst du denn äh geht die tür auf ich spiel weiter unsere püppchen haben sich getroffen das kann ich auch und ich bin nicht dabei ne ja dann mach mal oder kannst du da was triggern das wird mir ja mit dem also ich versuche dich zurück zu holen ok einfach was triggern kannst ja bei mir gucken wie das spiel weiter geht wahrscheinlich müsste ich meinen Klon auf die andere Seite machen ne ja ich ich idiot ich idiot ne aber ich kann auch grad nichts und glaube ich ne ja hier vielleicht ne komm mal zurück ich glaube schon dass man hier zu zweit sein sollte ja komm du mal hier hin so so jetzt kommst du rüber Niki ok yeah das ist aber cool oh guck mal links und rechts das ist ja ein Hotel ein Hotel? ja also kennst du nicht so Hoteletagen? sehen die nicht auch so aus? das stimmt jetzt nicht das erste woran ich denke aber ja wir sind wieder in Dubai Muj al Khalifa oder wie das heißt ah jetzt höre ich das aus ja das sieht schwer nach Baskampf aus Gefahr oh nein wir haben verloren oh Gott Seilchenöfen oh Gott sorry ich hab ihn voll ertracken die kamen aus dem Mistzeiger oh 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 das ist fies immer schön weit nach außen meinste ich dachte eher Mitte wäre cleverer Autsch ne mitte ist dumm mitte ist dumm außen ist clever aber ich bleib trotzdem in der Mitte hast du mehr Zeit für alles ja 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 was recht ist recht was passiert hier sind wir fertig na na natürlich nicht will ich nicht natürlich aber die werden immer schneller ey ich krieg gleich einen Anfall nicht sterben nicht sterben nicht sterben nicht sterben ohhh Millisekunde es war zu schnell ja es war echt sehr schnell es war sehr schnell und ich bin doch so ein absoluter Klaus bei sowas anders nicht ich muss auch immer den Doppelsprung machen weil sonst hab ich Angst natürlich kein zweckern aber manchmal ist der Doppelsprung vielleicht nicht ja dann kann man sich nicht mehr so gut retten ne ja beziehungsweise du bist zu spät unten um wieder springen zu können ja dann gibt es ja nochmal das flitzen oh no das war aber dumm jetzt von mir mhm 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 Stimmt. Oh, pass auf die Dinger, die katapultieren. Oh, this is fun. Upsi. Oh, Fehler, Fehler. Oder? Nee, doch nicht. Kein Fehler. Wohin geht das denn jetzt hier? Ach, da. Bin da, bin da. Eddie Roosevelt. Eee, no. Upsi. Oh, no. Und ich war so fokussend auf das, was ich mache. Nein, nein. Wir sind gegen uns. Das ist assi, wenn das echt so ist. Aber mein Vogel war ein bisschen behindert. Oh, no. Uncharted. Jump. Oh. Ich hab die zugeguckt. Oh, die Musik hat dich richtig, äh. Okay. Witzig, sehr witzig. Ja, auf einmal kam da tatsächlich so ein Err, ne? Upsi. Okay, wir hängen, wir hängen. Wollen wir? Ich glaub, der will uns retten. Vielleicht will er das ja. Uff. Was tut der denn da? Äh. Warum ist es super nett, wie die anderen? Okay, es ist nur ein böser Vogel. Geh deine Augen an ihm. Behalte ihn im Auge, okay? Ich behalte. Oh, jetzt seh ich ihn nicht mehr. Ich hab ihn verloren. Ich hab ihn verloren. Ich hab ihn verloren. Unten, unten. Ich hab ihn verloren. Oh, oh, oh. Böser Vogel, böser Vogel. Immerhin sieht man das, sieht man die Flächen, wo der kommt. Unten ist aber schwer, das zu checken, finde ich. Achso, nee. Er will uns jetzt oben bringen. Und nun? Okay. Das ist bestimmt gewollt. Ja, ich hoffe. Dann sollten wir mal Vogelfutter. Geil. Ah. Wah. Oh. Oh. Diese Untertitel. Ich glaub, das war nicht der Vogel, auf den wir geflogen sind. Nee, es war ein anderer. Stand da ja. Achso. Einen Moment. Gut. Ich gönne meinem Teddy-Bäuchlein jetzt süße Schokolade. Klingt das nicht knuffig? Ich würde auch Teddy-Schokolade nehmen für meinen Bäuchlein. Nee, also Nob, egal welche. Ja, so die Form interessiert mich auch nicht. Nee, Schokolade. Einfach Schokolade. Ja. Ich bin nicht wählerisch. Nur Weiße brauche ich nicht. Nee, ich auch nicht. Bin ich auch kein Fan von. So, jetzt sollten wir aber mal chillen hier mit denen. Okay. Okay. Risiko. Drei Uhr. Ist so eine schöne Plattform für einen Bosskampf. Ich hab kurz auf die Uhrzeit geschielt. Was haben wir getan? Oh oh. 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 Boah. Das hat dich aber... Das war aber... Knapp, ne? Ja. Oh shit. Das ist ja richtig gut richtig. Ich seh nur nicht wo das hier kommt. Ach du Scheiße. Und ich hab bei dir drauf geguckt. Oh mein Gott. Das stresst mich. Das stresst mich sehr. Oh mein Gott. Das sieht wie Fallgeist. Ach du Scheiße. Boah nee ey. Ja, bleibt nur noch die Mitte, ne? Ganz geschafft. Wir haben gewonnen und kriegen jetzt die Krone. Was für ne Krone? Boah, wir haben schon 20 nach 5. Oh, das ist die richtige Uhrzeit wieder. Ne, doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Weeeee. Kann man lenken? Kann man schon ein bisschen... So, vorsichtig jetzt. Jetzt kommen wahrscheinlich... Oh no. What the heck mate? What do we do now? Oh no. Maybe this is our way up. Oh no. Oh no. Oh oh. 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 Hätte man jetzt stehen bleiben sollen? Ja, raste aus. Das hat mich erschrocken. Oh nee ey. Oh nee ey. Oh nee ey. Hast du das alles immer noch gebaut hier? Wenn der... Aber du bist doch der krasse Ingenieur. Nee. Ich... Ja, aber ich hab... Hä? Zeitlupe. Was? Nee, oder? Was passiert hier? Ich dachte, wir haben gewonnen. Ich dachte ganz gut, wir haben verloren. Greifen wir uns jetzt die Uhren hier an? Oh oh. Was wiederholt sich jetzt immer? Ich muss die Uhren angreifen. Oh shit, bin gestorben. Ich muss mal die Uhren angreifen? Ja. Ja. Wie denn? Ähm... Oh, die Dinger sollen da drauf landen. Ich muss nur so ne Bombe ablegen, genau. Da hab ich jetzt gar keine Dinger gehabt. Keine Möglichkeit. Nehmen links oben. Ja. Total verwirrend, ne? Ja, cool. Was von den Durchblick? Okay, Teddy. Easy. Uff. Neißer Sound. Perfekt. Und wir sind mittendrin, das ist ganz schön gefährlich, ne? Oh, wie cool. Oh mein Gott, ist das cool. Warte mal, wo gehen wir denn hin? Wir drehen in die andere Richtung. So wie gerade, ja. So, stopp. Ich springe jetzt. Bitte jetzt auch nur noch mit diesen Geräuschen dabei. Okay. Oh, ja. Bei dir klingt das ein bisschen Vivalisch. So, gib ihm. Und... Ah. Oh, ey, das ist... Das coole ist... Das coole ist deine Seite. Dass das so einfach eine Explosion ist gerade. Das feier ich. Hooray. Gib ihm. Ja, ihre Stimme hat sich ja kaum geändert, ne? Hat sie nicht so viel getan, ne? Oh, no. Warte. Yeeow, hubby. Oh, Moment. Vielleicht können wir dich noch irgendwo hinschieben. Oh, shit. Na. Nee. So. Chill. Was machst du für wilde Bewegungen? Nein, das... Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ne, du musst noch mal ein bisschen zurück. Das ist Plattform right here. Yes. Ah, warum dreht die Kamera sich? Also cool, wenn ich nichts bewege, dann geht es trotzdem so ein kleines bisschen voran. Das ist nicht cool. Ah, stopp. Geben wir jetzt in die falsche Richtung? Nee, nee, alles gut. Alles gut. Weiter. Nee. Moment. In die andere Richtung müssen wir... Du willst ja zu mir, oder? Also du musst dich doch von der Explosion weg bewegen, oder? Oder nicht? Ja, ja. Das ist... Oh mein Gott, was war das denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, wie weit wir sind. So. Weiter. Machen wir weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube so. Ich gehe jetzt weiter. Nein, nein. Dahin. Ja, noch mal ein bisschen zurück. Hä? Drehen wir uns im Kreis? Ja. Bist du sicher? Also auf die Plattform... Ich habe das Gefühl, hier bin ich schon mal gewesen jetzt. Ich... 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 Ich weiß es nicht. Ne, du gehst in Richtung... Du gehst in Richtung Explosion. Du musst ja, glaube ich, weg von der Explosion. Du musst doch... nach unten, oder? Ich weiß es nicht. Zu der Plattform? I don't know. Hätte ich jetzt gesagt. Hätte ich jetzt gesagt? Wo käme ich denn jetzt hier hin? Drehen wir in die andere Richtung nochmal? Ne. In die andere Richtung. Weiter, 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 weiter. Weiter noch? Weiter? Weiter? Weiter geht nicht. Weiter geht nicht. Dann würde ich sagen, es ist ab der Anfang. Wir haben den Anfang ermittelt. Das ist jetzt unsere Ausgangsposition. Ja, Lidje. So. Alles klar. Dann wissen wir jetzt wenigstens in welche Richtung es geht. Ja? Ja. Immer in Richtung... immer weg hier. Ah, guck mal. Das ist doch gut hier. Das ist neu. Ne. Ne, ja doch. Also vorm jetzigen Run ist es neu. Mal an dem Ding waren wir auch schon. Ja. Ja, aber... Da bist du hochgegangen. Das ist richtig. Oh, oh! Nein, nein! Was macht ihr? Ich versuch dich ja auch zu fangen. Nochmal. Okay, hier fangen wir an. Ich hätte jetzt gesagt, du willst von der Explosion weg. Oh, schau. Ich mach einfach. Wir machen einfach. Nicht große hinterfragen. So, jetzt weiter. Ne, in die andere Richtung. Ja, genau. Das sind Geräusche. So, jetzt. Ja. Ja, ja, sehr gut. Explosions, explosions. Warte mal. Das passt nicht. Muss irgendwie. Doch. Geht schon. Aber ich glaub nicht, dass es das ist. Mal weiter. Obwohl, aber hier war ich ja auch noch nicht, ne? Ne. Ich mach mal was. Hä? Ja, war das denn gerade? Da fehlt was. Uiuiui. Auf einmal jumpt er da weg. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Machst mich ein bisschen unruhig hier. Ja. Uiuiui. So, Moment, Moment. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich schieb dich wieder weg. Oh, nein. Okay, Moment. Nein! Okay, Moment. Nein! Ich schieb mich wieder weg. Wie hab ich denn, wo war denn gerade diese senkrechte Plattform? Wenn ich das wüsste, ne? Warte mal. Warte mal. Ja, okay. Schieb, 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 schieb. Wir machen und schieben mal noch weiter. Weiter geht nicht. Das war's. Sagst du, ich soll hier nochmal drauf? Oder, oder da? Aber das war doch vorhin was völlig anderes, oder? Ja. Das ist das Segen. Ich geh wieder hier drauf. Geh wieder da drauf. Haha. Ein richtiger Blödsinn. Kommst du da drauf? Ne, da mein ich da. Ne, da komm ich nicht dran. Ach da, Moment. Hallo. So. Ich schau mich nochmal eben ganz kurz um, aber es wird wahrscheinlich der da sein wieder. Oder? Anders komm ich nicht ran. So. Das ist aber jetzt schwierig. Mal einmal die eine Plattform. Ah, da haben wir wieder das schräge. Das ist gut. Weiter. Ne, andere Richtung. Ja, genau. Haben wir wieder das. Jetzt müssen wir chillen. Ja. Müssen wir chillen. Jetzt musst du dich mal ein bisschen beruhigen, ja? So. Jetzt mal schauen, wohin der Wind weht. So, stopp. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Mhm. Und, äh, ja, das sieht auch gut aus. Oh, oh, oh. So. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, okay, gut. Dann hüpft mal nicht so wild da. Aber jetzt geh ich wieder runter, ne? Aber runter ist gut. Ja, das ist das, wo wir hinwollen. Boah, geschafft. Ich hoffe, dass es glasst. Alles klar. Oh, jetzt kann ich aber endlich diesen einen Knopf loslassen. Jetzt muss ich irgendwas tun. Aber nur du. Okay. War nicht so schwierig. Sehr gut. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, ich bin gestoppt. Oh, nein. Wir sind jetzt die Püppchen. Hast du jetzt zu langsam? Ja. Ich wollte die Szene nochmal sehen. Die sah so schön aus. Ich wollte dem Glas nochmal beim Zerbrechen zugen. Richtig. Okay, aber jetzt war es sogar gleichzeitig. Ja, ne? Total crazy. Was waren die? Drehen. Drehen am Rad. Mittag. Essen. Miraculi ist fertig. Frederico. La, 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 la. Werbung verseucht, ne? Ah, they are together. Oh, und da sind wir. Da ist er auch schon wieder. Er sollte uns lauter anschreien. Vielleicht funktioniert es dann ja. Okay, okay, okay. That's the way you wanna go? Uh-huh, uh-huh. Okay? You wanna go? Okay. Uh-huh, uh-huh. Okay, let's do it! Booken die voll auf, ey. Ne, das ist Mitternacht für mich. Ah, okay. Das kann natürlich auch Mitternacht gewesen sein, ne? Bookie time. Ach, da sind wir drin. Oder Waren. Mom, it's working! Oh, nee, Mutter liegt da immer noch, ey. So eine Schlaftablette. Mittagsschlaf deines Lebens. Oh, nee, die stirbt jetzt. Oh, vielleicht weinst du dann ja richtig. Vielleicht heult die da mal ordentlich. Ach so, so meinst du mit Heulen, ja. So, warum ergötzt die sich daran, dass die Arme heult? Ziel des Spiels, ne? Ziel des Spiels, Kinder zum Heulen bringen. Genau, mein Ding. Ja, pro-level hier.